Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge Tiergewinnt hier im Tierheim in Chessinghausen. Wir vermitteln heute ein ganz besonderes Katzenduo und zwar Katzengeschwisterchen. Der eine Kollege ist hier schon auf dem Arm. Wir haben ihn Anton getauft und seine Schwester, die heißt Pünktchen. Die beiden sind etwa Anfang August dieses Jahres geboren und wie man sieht sehr schmusig und auch noch sehr, sehr klein. Ja, und sie suchen ein neues Zuhause. Tatsächlich werden sie aktuell noch nicht vermittelt, denn hier im Tierheim ist momentan Vermittlung stoppt, gerade wegen Weihnachten. Und weil die Weihnachtszeit und natürlich auch Silvester ganz schön viel Stress bedeutet für die Tiere. Ansonsten haben die Kollegen hier schon ihre erste Impfung. Die zweite folgt in der nächsten Woche, also ist quasi zum Auszug auch soweit alles fertig. Ansonsten ist natürlich noch wichtig, dass sie dann auch Ende Januar, Anfang Februar kastriert werden. Dann ist ungefähr die Zeit, wann das ungefähr passieren sollte. Es sind sehr, sehr liebe, schmusige Tiere. Total aufgedreht, natürlich des Alters wegen, kann man auch verstehen. Genau, und jetzt wird fleißig geputzt. Wie gesagt, sehr, sehr freundliche Tiere sind hier mit einer Mama gewesen, mit sechs Kitten. Drei von ihnen sind leider gestorben, weil sie sehr, sehr krank gewesen sind. Die hier sind jetzt aber mittlerweile sehr, sehr fit und putzmunter, also wirklich zum Auszug bereit. Die Schwester holen wir gleich auch mal ran. Vorderung gesund. Aber das ist so fädelisch. Ich muss kurz die Luft anmachen. Jetzt haben wir uns hier nochmal einmal ein Pünktchen auf den Arm geschnappt. Sie wird ja auch vermittigt. Ist allerdings nicht ganz so. Hoppala. Freudig auf den Arm, dementsprechend setzen wir sie mal lieber ab. Ansonsten, wie gesagt, die beiden werden dann ab neun Jahr vermittelt, freuen sich bestimmt auf den Auszug. Und natürlich haben wir die Mama, die ist ein bisschen schüchterer, deswegen wenden wir sie hin und wieder mal ein. Die wird auch vermittelt, aber weil sie nicht unbedingt so Lust hat, wollen wir ihr ruhig den Raum lassen und wir zeigen sie euch dann so. Wie gesagt, also 2 plus 1 wird vermittelt. Die 2 wären ganz, ganz super, wenn sie zusammen ins neue Zuhause einziehen können. Natürlich mit Freigang wäre super. So das Übliche. Ansonsten, wer Lust und Zeit hat, kann gerne am Samstag ab 13.30 Uhr hier im Tierheim in Scherzlinghausen vorbeikommt. Zu tierischen Weihnachten sozusagen. Ja, was erwartet euch? Eine schöne Zeit mit den Tierheimmitarbeitern, mit den Tieren vielleicht nochmal ein Dankeschön sagen. Ja, und dann hoffen wir, dass die 3 bald ein neues Zuhause finden und wünschen euch natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit. Jochen Graf! Ja! Ja! Ich bin aus. Nein! Ja! Ja! Vielen Dank.